In meinem Lieblingsvideo im ganzen Jahr, wir machen nämlich heute Lebkuchenhäuser. Definitiv eine Katze. Was für eine Katze? Was hast du mir gerade gesagt? Zu unserem Haus? Warum ist hier Puffreif bei mir auf dem Boden? Essen möchte ich keins von weinen. Hey Leute, was geht? Hallo. Herzlich willkommen zu Spiel mit mir und herzlich willkommen zu meinem Lieblingsvideo im ganzen Jahr. Wir machen nämlich heute Lebkuchenhäuser. Es ist soweit. Lebkuchenhaus-Challenge, Lebkuchenhaus-Time. Wir haben zwei Stück. Wir werden zwei davon aufbauen in Teams. Und ihr dürft dann nachher natürlich in den Kommentaren entscheiden, wer es besser gemacht hat. Und unser lieber Kameramann darf seine Meinung dazu natürlich auch abgeben. Also, es wird spannend. Es gibt ganz, ganz viele Dekomöglichkeiten. Und wir haben 15 Minuten Zeit. Irgendwelche Fragen? Was ist das? Da wird es drauf gebaut. Da kommt es drauf. Das ist die Platte. Das ist die Bodenplatte. Okay. Hier ist zwar auch eine bei, aber wir brauchen... Es wird ja nicht direkt hier auf die Tischplatte gebaut. Ich habe noch eine Frage. Ja, eine Frage. Darf man zwischendurch auch naschen? Selbstverständlich. 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 Ich habe noch eine Frage. Noch eine Frage. Wer sind die Teams? Die Teams werden wir jetzt auslosen. Elli und Felix haben das ja letztes Jahr schon zusammen gemacht. Deswegen werden sie dieses Jahr nicht das zusammen machen. Das war wunderschön. Das heißt, entweder mit dir oder Claudia, oder? Und du bekommst den anderen. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Ich habe Eva. Dann können wir direkt so stehen bleiben. Okay, cool. Das ist ja einfach. Dann können wir direkt so stehen bleiben, Leute. Ich weiß, dass wir uns jetzt pink, aber bei euch... Blau. Eigentlich auch, oder? Aber wir sind auch schon angezogen. Wir haben beide Baby Yoda an. Dann könnt ihr ja so grün und... Wir machen so beige braun, oder? Ja, Mann. Ey, wir können so... Wir haben kein Grün. Es gibt eine Sache noch. Es ist ja normal hier beschrieben, dass das mit Zuckerguss zusammengeklebt wird. Ja, genau. Den Zuckerguss habe ich schon gemacht. Es gibt welchen. Der ist da fertig. Juhu. Aber ich habe auch Baking Glue gekauft. Aha, cool. Der ist hier schon in der Tube drin. Ist auch super praktisch. Deswegen würde ich damit anfangen und dann Zuckerguss. Okay. Falls uns das ausgeht. Okay, also okay. Verstehe, super. Das nur dazu. 15 Minuten, los geht's. Claudia, während ich das aufbaue? Ich habe keinen Lassen Schimmer, aber ich kann schon mal hier Snacks ausnehmen. Das ist super lecker. Nehmen wir. Ich kann, dann nehmen wir aber direkt in den Aufmerksamkeit drin. Aber ich sitze ich aber bein. Ich fühle mich gerade wie bei Wetten, dass, muss ich ehrlich sagen. Das gibt mir gerade so Wetten, dass-Vibes. Ehrlich. Oh, die Finger lieb ich, Leute. Wer liebt das auch? Ich liebe ihn. Kannst du direkt schon mal aufmachen? Ja, ja, ja. Aber wir müssen schon gucken, wie man das... Ich habe das zwar letztes Jahr gemacht. Die nehmen wir nicht. Aber ich glaube, Felix hat mir... Au! Also, au, 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 au. Nein, ist alles gut, ja. Das hat wirklich nicht so doll weh. Ich habe mich einfach nur total erschrocken. Alle Katz, bitte macht Slow-Mo. Ich habe mir wirklich nicht wehgetan. Das ist alles gut. Felix hat mir... Au! 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 Ich habe gerade... Ich wollte gerade sagen, Felix hat mir letztes Jahr beim Aufbau so geholfen. Dann habe ich mir den Kopf, weil ich habe mich einfach nur erschrocken. Aber danke. Du brauchst einen Kleber. Wir müssen zusammengebrochen. Soll ich jetzt zusammenkleben? Das ist voll warm. Muss das so? Das muss so. Okay. Hier ist Kleber. Claudia, können wir bitte da abgucken, wie das da funktioniert? Mhm. Und wir brauchen diesen Kleber. Ich weiß nicht. Du musst hier eine Wand aufbauen. Das ist eigentlich die Anleitung. Danke. Nein! 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 Hier ist die Anleitung, Claudia. Unten. Guck, was die machen. Unten ist so. Warum ist der denn? Eigentlich ist es nicht schwer. Wir brauchen aber diesen Kleber. Komm, wir nehmen auch den hier. Aua. Wartet. Entschuldigung. Du hältst und ich klebe? Aha. Geklebt. Aha. Warte. Ich muss meine Ärmel machen. Hier wird es jetzt ernst. Ja, schmeckt die Hände. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ja, 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 ja. Das mache ich es nachher nur. Okay. Ich halte das. Und was machst du? Ich... Ist das richtig? Ja, ja, ja. Und ich hatte überall noch Kleber überall. Okay. Ich würde eine große Hilfe. Dann müssen wir eine ganz große Hilfe. Was kannst du denn wissen? Ich will das alles nicht. Ich aber. Hä, warum nicht? Haben wir eigentlich Frösche? Nein, ne? Nein, wir haben das hier. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die hier. Wir machen ein... Oh, ihr macht ihr das Grinch aus? Wir machen ein Lebkuchenhaus für Baby, oder? Ja. Ich glaube, ihr macht den Grinch, oder? Nee. Machen wir dann Weihnachtshaus in Rot? Mehr, mehr, mehr. Ja, das kommt voll schwer da raus. Nein, ich weiß nicht. Ihr könnt auch Zuckerguss haben. Ihr könnt auch so eine Tube haben. Ich habe euch nachgemacht, weil ihr habt das auch genommen, oder? Nee, doch. Nein. Okay, wir haben jetzt Zuckerguss hier. Mach mal dran da. Machen wir den jetzt? Machen wir den jetzt? Machen wir den jetzt? Machen wir den jetzt? Dann machst du die beiden? Sollen wir die auch noch dran drehen? Ja, ja, ja. Okay, ich mach nochmal dazwischen. Warte. Es geht echt schwer daraus. Warte. Es muss ein bisschen weiter auf. Weiter auf. Weiter auf, damit das hier so zwischen... Aber machen wir nicht schön. Aber dann geht's da runter. Ja, genau. Drück richtig! Das kommt da so schwer raus. Ich weiß nicht, da muss man richtig stark sein. Ja. So? Nein, noch mehr! Hier, 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 hier. An der Ecke. Ja, 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 ja. Die sind schon weiter hier. Los, also jetzt machen wir das. Oh Gott! Nein! Das Ding ist, das hält so schwer. Lass mich das jetzt machen. Du hast den Affen gemacht. Jetzt bin ich dran. Okay, Felix übernimmt jetzt das Dekorieren. Wir müssen uns irgendwie auftreten. Guck doch mal. Darf ich mehr mitmachen? Aber wir können gerade gar nicht zeigen, was wir hier machen. Ja. Kann der Kameramann hier rumkommen? Wie? Nein? Doch, kann er. Kann er tun. Aber das ist... Die Frage ist ja, was wollen wir denn überhaupt machen? Das ist sehr cool. Besser als einfach drüber. Okay. Gut. Dann mach ich hier auch so Bögen hin. Du kannst da was anderes machen, damit ich Ihnen leider gleiche ist. Nee, 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 nee. Ich will das schon schön symmetrisch und ordentlich. Schwester, ich verlasse mich auf dich. Ich habe kein blassen Schmerz. Nur grün oder grün. Ich dachte, wir machen das für die Jona. Leute, das kommt so schwer hier raus. Da muss man richtig Muckis für haben. Wenn das Ding hier nicht auseinanderfällt, dann haben wir doch schon alles richtig. Das ist schon die Habe Lüte. Dann haben wir schon gewonnen. Wir könnten ja rot so setter Klaus... 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 Ah! Oh! Schon wieder? Nein, ernst? Nein, nein, ich will einfach weiter nach hier. Ich bin klein. Ich kann da nicht dran kommen. Danke. Meine Güte. Ich auch nicht. Unglaublich. Wie geht das denn so? Du bist einfach zu groß. Unglaublich. Unfassbar. Okay. Diese Küche ist für kleine Menschen. Das tut mir leid. Claudia, Meeting. Sollen wir... Sollen wir rot, so Weihnachtsmann-mäßig machen? Was doch rot und Schoko. Also das wird so ein Schoko... So ein Schokohaus wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber es ist Charlie und das Schokoladenhaus. Ja. So... Schoko. Alles klar. Alles klar, machen wir. Wir auch immer. Nein. Das waren die, die in dem Pack dabei waren und das hier sind die... Da waren nur zwei Stück? Ja, da waren nur zwei Stück drin. Ja, haben wir auch nur einen Grünen. Ja, wir haben einfach so rot wie kein... 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 Ich weiß, überall Kleber und du fängst jetzt an... Ich weiß nicht, ob du überall Kleber machen sollst. Doch, ich hab geguckt. Ja. Sollen wir die... Warte, 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 warte. Definitiv eine Katze. Was für eine Katze! 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 Da ist sie. Da. Aber die Schnüre, die können wir nicht mal kleben. Guck mal, die können wir auch einfach so drüber tun, aber die halten da nicht. Felix hat mir verboten, das so zu machen. Ah! Ich mach einfach das. Hol die Oreos! Ja. Ich glaub, Bibio, der liebt Oreos. Lass mal hier so dann vielleicht nach vorne hin. Ich sag mir gerade, was ist das hier? Quetscht da drauf und das ist der Zuckerguss. Die Katze ist übrigens hinten am Haus. Geil! Oh, diese Zuckerguss ist ja voll lecker. Ja. Alles klar! Alles klar! Geil! Das Haus verläuft! Das Haus verläuft, Claudia! Ich weiß das. Okay. Ja, aber du freis. Au! Lass doch was. Nein! Dann macht der doch jetzt irgendwas hin. Ich hab das hier vorne schon mal einglasiert. Sollen wir einfach Schnüre da... also Schokohaus. Warte, hier, die. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Schokoschnürhaus oder so. Keine Ahnung. Schokoschnürhaus! Wir müssen uns neu rechnen für eine Story. Wir müssen uns eine Story. Wir müssen uns eine Story, die irgendwie Sinn macht, dass man uns das abkauft. Dass wir hier Ahnung hätten, was wir hier tun. Oh mein Gott, bis hier aus. Guck mal, es läuft doch alles runter. Das ist doch blöd. Ja, hat keiner. Da bin ich dagegen, dass das passiert. Da hat keiner gesehen. Guck mal. Hol mal den Zuckerguss. Ne, nicht den Zuckerguss. Die Schokosträusseln. Das ganze Haus verläuft. Dann können wir hier die Mitte mit Schokosträuseln füllen. Da muss dann noch ein bisschen Creme hin. Ja. Was hast du? Das rutscht. Was ist das denn? Warum stehst du eigentlich schon wieder auf der rechten Seite? Ich weiß nicht. Ich esse jetzt auch was. Okay. Es ist halt so, eh kann man gerade das alles an den Händen zu haben. Aber es geht jetzt gar nicht anders. Wir machen hier ein Herzchen natürlich. Ganz wichtig. Ist ja nicht so, als hätte ich da abbegucken mit den Schnüren hier? Ich esse die Deko. Wie gesagt, es wird ein buntes. Wir esse jetzt schon die ganze Deko. Wieso haben wir hinten noch zu behaupten? Wieso haben wir noch fünf Minuten? Was? Ganz für fünf Minuten, Junge. Kannst du die hier hinten dran lassen? Die finde ich immer hübsch und liebredig. Wir haben sowas von Händen zu sehen. Unser Motto ist, mehr ist mehr. Wir brauchen auch noch so einen kleinen Vorgarten. Oh, Glitzer! Glitzer, Leute! Ist das Video so, es fällt alles runter. Ist mir egal. Ist mir egal. Guck mal. Der Vorgarten. Der Special-Effekt. Seht ihr das? Der Vorgarten, Claudia. Also wir müssen hier später saugen. Mitten rein. Einfach mitten rein geworfen. Warum habt ihr da so einen Dickmann? Hä? Den haben wir gefunden. Ach so! Claudia, such mal! Nein! Das war der Längste! Boah, das ist fies. Warte mal. Das weiß ganz genau. Das sehe ich nicht ein. Ganz genau. Oh, es tut mir so leid, dass ich hier so... Guck mal, wir haben das so ordentlichen bei uns. Guck mal, das ist alles genau dir schuld. Nein, ich hab nichts. Guck mal, alles fällt runter. Das muss man erstmal gleich saugen. Ich ähm... Ich will noch blauen Gitzel hier drauf machen. Claudia, du darfst gleich hier saugen. Ja, Leute, es geht hier. Das ist hier wichtig, ja? Ja. Das große Backen. Aber guck mal, das können wir noch schön. Da werden wir niemals mitmachen. Nicht mehr zu mir. Let's go, weiter kleben. Nicht mehr. Weiter kleben. Wir brauchen den Garten noch. Ich dachte es, wir drucken. Jetzt ist es doch... Egal. Egal. Bunt. Das sieht schrecklich aus, ich bin ehrlich. Egal. Das ist die bunte... Was sagen wir denn dazu? Gleiche, was das ist als Rechtfertigung? Also, was haben wir hier... Blau. Warum ist das ganze Haus eigentlich? Doch, das ist blau. Echt? Sieht gar nicht so aus. Hauptsache, es glitzert. Warte. Ein schöner Schneeglitzer hier drüber. Du hast doch gesagt, der Gläber schmeckt nicht. Der schmeckt voll gut. Der Baking-Gro? Mhm. Guck mal, die macht das so richtig mit Tee. Ja, ja, ja. Was für ein System. Ich nehme auch die einzelne Schnee an. Ja, wir brauchen auch... Mach mal überall Schnee hier. Ich hab das ganz anders. Ganz anders. Ganz anders. Guck mal, meine tolle Glittertechnik. Ja, ihr habt so eine richtig krasse Technik. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben so eine Technik. Ich sehe das schon. Ihr seid geübt. Mhm, mhm. Ja, aber guck mal, hier ist auch voll die... Ich wollte gerade sagen, hier ist auch voll die Halde. Naja, also Elli und ich haben das ja beide letztes Jahr gemacht. Oh Gott. Von daher sind wir eigentlich... Nein, zu der Technik, wenn du da diesen Puffreis dran drückst. Das sieht, also ich verspreche, ich mach gleich sauber. Aber das sieht schon, das sieht aus wie, weiß ich nicht. Oh Gott, lief die Dinger. Was machen wir hier? Das ist unser Vorgarten. Das Grund ist. Landung ist einfach. Gute Idee. Ich weiß es nicht. Eine Minute und 25 Sekunden. Ich hoffe, ich krieg den Rasen bis dahin fertig. Ich hab alles unter meinen Finger legt. Und hier und so wie immer. Guck mal, wir machen hier noch... Ganz wichtig. Jetzt komm her mit der Kamera. Hier zwei Krönchen. Ja, das muss jeder... Das ist für Elli und für dir. Die zwei Thronen. Für den Sieg. Ja. Genau. Der Sieg, den du hier holst. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ich liebe übrigens Popcorn. Äh, äh, äh... Das hab ich glaube ich nie gesagt, aber ich lieb's. Du hast die Tür zugeklebt und der Weg geht auch gar nicht bis zur Tür. Wer ist da ein geheimer Eingang für Baby Yoda? Ja, das ist, äh... Das hat doch nicht gelingt. Die Zeit ist in 20 Sekunden rum. Hä? Das ist gar nur 40 Sekunden. Wir sind schon. Ja. Es sind jetzt 16 Sekunden, Leute. 16 Sekunden. 12 Sekunden. Ja, buntes, äh... Chaotischer Weihnachtstraum. Hier wird einfach nur gegessen. Der Großteil des Rasens ist ja hier unter dem Schnee. Warum ist hier Puffreif bei mir auf dem Boden und ich tritt da drin rum, wenn die da den ganzen Puffreif gemacht haben? Wieso hab ich die eigentlich nicht hier so reingesteckt, die richtigen Rasen da dann hingelegt? Da fang ich jetzt erst mit an, das ist eigentlich nicht dumm gewesen. Ich hab keine Ahnung, warum du das gemacht hast. Oh, mein Handy vibriert. Es ist vorbei. Nein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir müssen es schon mal gut verkaufen. Wir müssen nichts verkaufen. Es verkauft sich von alleine. So gut ist das. Also Leute, das hier ist, darf ich vorstellen, das ist, ihr müsst verstehen, Dia und Elli gleich die Jellie. Das haben wir jetzt, also die Jellies, ne? Das ist die Jellies bunter, chaotischer Weihnachtstraum. Das spiegelt uns wieder. Genau. Und unsere Persönlichkeiten. Unsere Persönlichkeiten. Chaotisch. Bunt und ähm. Schön. Wunderschön. Schön. Einfach nur schön. Genau, deswegen, ne? Das ist quasi, das, das ist das Innere, haben wir jetzt, was bei uns innen ist, haben wir nach außen hier in diesem Haus verpackt. Das haben wir nach außen gedacht. Das ist euer Innerstes? Ja. Ich mache mir große Sorgen. Also ich würde sagen, Elli's Kopfstoß am Anfang hat sie ganz gut getan. Oha, tschüss. Nein, aber weißt du, wie das aussieht? Das ist halt echt so Willy Wonka einfach. Ja. Wir machen einfach Mütigkeiten drauf. Unser Motto von Anfang an. Mehr ist mehr. Willy Wonka Style. Das haben wir gemacht. Und bei euch da drüben sieht es dagegen so was von ordentlich aus. Aber ja. Es schneit auch noch ein bisschen dabei. Es schneit schön. Also, erzähl doch mal, das ist unser Baby. Guck mal, wir haben auch diese Dinger. Wir haben hier Baby Jodas Dream House, wie Babys Dream House, nur für Baby Jodas. Deswegen ist das hier so schön viel Grün dabei. Wir haben hier einen Vorgarten mit einem Schneebaum. Wie heißt das? Tannenbaum. Ach so, ein Tannenbaum. Der ist auch Espanien, da kann der auch dran naschen. Dann haben wir hier einen Weg, da ist noch ein Frosch oder sowas. Genau. Viel Probiant für ihn. Ein Feenkippel haben wir auch noch. Ach, da kann er die Macht bestören. Das zeigt so hart unsere Persönlichkeiten. Die zwei hier geordnet. Ordentlich. Dies, das. Mit Katze. Damit er auch Gesellschaft hat. Man sieht aber auch noch mal, was ich gemacht habe. Hier an der Seite drangeklebt. Und Epas andere Seite wollte trotzdem einfach drauf gehen. Also, ganz ehrlich Leute, ist ja schön ordentlich und so, aber ein bisschen langweilig, oder? Nee. Tschüss. Tschüss. Ich frage mich, wie das so ordentlich alles hier gehalten hat. Weil bei uns... Das Problem ist... Das Problem ist... Das Problem ist... Du hast das einfach drüber gelegt. Nein, das ist alles abgefallen. Deswegen habe ich es dann wieder drüber gelegt. Das hat nicht gehalten. Ich weiß auch nicht. Wir haben die selben Materialien gehabt. Das ist echt schön geworden ist bei euch, verdammt. Das Gute ist, dass wir zwei komplette Gegensätze haben. Ja. Es ist eindeutig. Rot und Grün. Wenn man Ordnung und sowas mag und mit dem Grün einheitlich sehr schön. Eine Geschichte. Wenn man Chaos mag und eher bunt, dann kann man sagen, ja das... Welches Team seid ihr, Leute? Wir haben beide eine Geschichte, das ist klar. Und hier kann man ganz schamlos Puffreis von wegfutter. Genau. Und das fällt gar nicht auf, weil das so viel ist. Und man kann es auch nachlegen. Man kann auch so danach einfach noch was zu fangen. Also ich würde sagen, essen möchte ich keins von beiden. So, stellen wir unsere Finger an. Wer hat am meisten gearbeitet? Also ich sehe ja wohl hier nach harter Arbeit aus, oder? Also, ich habe ja auch alles einfach so dran gepackt. Ich würde sagen, das große Backen, ihr könnt uns alle einladen. Es wird witzig. Ich bin mal dabei. Demnächst auch Vox zu sehen. Wir. Ist das nicht auch Z1? Egal, Sie auch. Wir machen mal alle mit. Genau. Also lieber Kameramann, sag einmal, welches ist dein Favorit? Was konnte dich überzeugen? Lieber Kameramann, warte, stopp. Lieber Kameramann, du wolltest... Wie so leere Papen. Nein, okay. Claudia redet jetzt nicht mehr. Genau. Kameramann entscheidet mit freiem Willen. Ja. Ja. Opa. Opa, alles klar. Wir reden gleich. Das wirst du uns büßen. Wir reden gleich noch ein Wörtchen. Es hat mich nur eine Schale mit Schokolinsie gekostet. Achso, das war Bestechung? Das war Bestechung. Achso. Nein. Nein. Aber wir haben ja noch die Zuschauer zuhause. Genau. Und die können ja auch noch entscheiden und hier mal fleißig kommentieren. Also Team Chaos. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Oder hier Team Baby Jodas Dreamhouse ist unser. Habt ihr auch einen Titel für euer Konzert? Ja. Die Ellie. Das ist die Ellie. Genau. Mit Glitter, Glitter und alles was dazu gehört. Tada. Also Leute, kommentiert gerne was euch gefallen, was euch besser gefallen hat. Daumen hoch. Und dann staubsaugen wir jetzt gleich noch drei Stunden. Ja, das will ich sehen, dass du staubsaugst. Ey. Leute, kommentiert, Glocke aktivieren, Daumen hoch. Schöne Winterzeit noch und bis bald. Tschüss. Tschüss. Also Leute, jetzt seht ihr mal, wie es hinter den Kulissen dann ist. Die lassen mich hier hart schupfen. Eva im Hintergrund arbeitet auch. Ja, ok.